Herzlich willkommen hier auf dem Genfer Autosalon im Jahre 2017 bei unserem Presseclub und Sie kennen das bereits. Ich lade mir sehr gerne Kollegen ein, Automobiljournalisten, Spezialisten, die den Markt beurteilen und mir heute schon berichten, was sie morgen in ihren Medien über den Salon hier berichten und ich darf Ihnen ganz kurz die Runde vorstellen. Zum einen Guido Reinking, anerkannte Automobilexperte, langjähriger Journalist in dieser Branche und er hat sich hier für uns umgeschaut, nicht nur für uns, sondern für sich selber auch. Herzlich willkommen in der Runde und Franz Rother aus der Handelsblatt-Gruppe und zuständig für Wirtschaftswoche und Edison und ein langjähriger, auch intimer Kenner der Automobilbranche. Herzlich willkommen. So, ja, wir sprechen darüber, was sind die Highlights in diesem Jahr auf diesem Genfer Automobilsalon Guido Reinking. Wenn man hier so drüber geht, erwartet man natürlich immer viel. Die Frühjahrsmesse, die klassische hier in Genf, das ist der Trendsetter eigentlich für alle, die hierher kommen. Ist das in diesem Jahr eingehalten worden oder sehen Sie nicht viel Neues? Also wenn das der Trend ist, was wir hier sehen, dann ist der Trend eigentlich das zu machen, was man schon immer gemacht hat, nämlich herkömmliche Autos zu bauen. Also ich würde mal von gepflegter Langeweile sprechen, muss ich leider wirklich sagen. Es gibt wenig Neues. Wirklich neue Fahrzeugkonzepte habe ich überhaupt kein einziges gesehen hier, vielleicht mit Ausnahme dessen, vor dem wir hier gerade sitzen, wo wirklich wieder eine Menge Innovationen eingeflossen sind. Ansonsten traut sich offenbar in der Branche im Moment kaum jemand mal in wirklich innovative Konzepte zu investieren. Offenbar laufen die Geschäfte mit den herkömmlichen Autos zu gut. Franz Rother, Sie schütteln den Kopf. Anderer Eindruck? Ja, ich sehe das anders. Ich habe ein interessantes Konzept entdeckt. Eins oben. Ja, immerhin. Und ein wirklich spannendes. Nicht nur das Fahrzeug, was wir hier sehen. Der Oasis von Rinspeed. Richtig. Sondern oben gibt es ein spannendes Auto zu sehen, von Italdesign gemeinsam mit Airbus entwickelt. Ein Fahrzeug, kein Auto, was auch fährt, aber auch fliegen kann. Was aber auch, und das kommt noch hinzu, intermodal einsetzbar ist. Das heißt, man fährt die ersten Kilometer natürlich elektrisch an den Stadtrand herein, wechselt dann vielleicht, so ist es dort geschildert, auf einen Eisenbahnwagon. Und wenn man in die Stadt hineinkommt, beispielsweise nach Paris mit dichtem Verkehr, dann nutzt man einen Drohnenaufsatz, hebt sie in die Luft und fliegt dann zum Ziel. Das nenne ich mal wirklich innovativ. Aber ist das nicht Science Fiction? Ist das nicht ein bisschen zu weit weg von dem, was machbar ist, wie hier reinging? Oder braucht die Branche jetzt tatsächlich auch solche zündenden Ideen, um sich auch ein bisschen rauszubewegen aus ihren tradierten Wegen? Also das ist nicht Science Fiction. Airbus, die da Entwicklungspartner sind, neben Italdesign, sagt, sie haben das durchgerechnet und sie werden in diesem Jahr einen ersten Prototyp fliegen lassen. Das funktioniert tatsächlich. Nur es ist ja bezeichnend, dass das nicht vorgestellt wurde von Audi, BMW oder Mercedes, sondern von Italdesign, einem Designstudio, das zwar zum VW-Konzern gehört, aber keine Automarke ist und Airbus gemeinsam. Und es gibt sicherlich noch vielleicht ein weiteres Beispiel von einem wirklich gelungenen Konzept. Das ist der Jaguar I-Pace. Das ist ein Elektro-SUV, ein reines Elektrofahrzeug, das Jaguar entwickelt hat und das endlich mal ein Auto ist, das um den Elektroantrieb herum entwickelt wurde und nicht den gleichen Fehler wiederholt, den andere Hersteller schon gemacht haben, nämlich ein herkömmliches Auto zu nehmen und da einen Elektromotor rein zu priemeln. Sprechen wir mal über die großen Marken. Das muss man, wenn man hier nach Genf kommt, kann man nicht nur über die Sportwagen und die Spezialisten sprechen, sondern man muss auch über die großen Marken sprechen, Volkswagen. Traditionell machen den Reigen eigentlich auf und mit einem Konzernabend erzählen sie uns Journalisten schon mal, was die Zukunft des Automobils sein wird. In diesem Jahr, wie ich finde, eine sehr reduzierte Veranstaltung mit sehr leisen Tönen. Das hat man sich, glaube ich, ins Hausaufgabenheft geschrieben, nicht mehr allzu laut aufzutreten. Hat Sie das überzeugt, Franz Rotter? Es war eine Reise, die wir dort erlebt haben, von der Vergangenheit in die Zukunft. Man hat dort Perspektiven aufgezeigt, was sich in Zukunft tun wird. Es war dort eine Art, ja, rollender Toaster zu sehen. So wollen wir in Zukunft rollen. Also ein Bus ohne Lenkrad, was vollautomatisch dann in die Stadt hineinfahren soll. Das war interessant zu sehen, weil es natürlich ähnlich wie hier auch ein anderes Raumkonzept vertrat. Das wird allerdings, das ist noch Zukunftsmusik, in fünf, sechs Jahren, so war die Aussage, auf den Markt kommen. Das werden wir nicht morgen erleben, aber das ist sozusagen die Perspektive. Unterneiben gab es natürlich, wir haben es eben schon erwähnt, viele konventionelle Autos zu sehen, Modellpflegemaßnahmen, ein paar neue Modelle, aber die konventionell noch angetrieben waren. Cedric heißt dieses neue Fahrzeugkonzept, das den Journalisten zwar gezeigt wurde, aber hier auf der Messe ist es schon nicht mehr zu sehen. Guido Reinking, ändert sich da momentan in der Kommunikation der Marken auch vielleicht etwas, dass jetzt auch selektiv bestimmte Themen platziert werden, aber in der großen Öffentlichkeit dann nicht mehr? Oder ist das jetzt Zufall? Nein, das ist kein Zufall. Auf diesem Cedric steht Volkswagen Group drauf, also eine Marke, die vor Kunden gar nicht existiert. Das ist also die VW-Gruppe, die Forschungsabteilung von VW, die dieses Auto gebaut hat. Und das ist ein neuer Weg der Kommunikation der Unternehmen, die jetzt nicht so sehr nur den Kunden ansprechen wollen, sondern die in Kontakt kommen wollen mit der Szene, die man so als Start-up oder IT-Szene bezeichnen kann. Also mit den Software-Ingenieuren, mit den Start-up-Unternehmen, mit dem Silicon Valley, wo die jungen Leute sitzen, die neue Programme entwickeln, die disruptive Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Die möchte man ansprechen und denen sagen, schaut mal, was wir machen. Wir können sowas auch. Und wenn ihr ein interessantes Konzept hat, dann kommt doch zu uns und zeigt uns das mal. Also das ist schon ein spannender neuer Weg. Mal gucken, ob es aufgeht. Dann müssen wir natürlich über das Thema Opel und PSA sprechen, kurz vor der Messe. Wir waren alle schon in den Autos, in den Zügen, in den Flugzeugen. Da wurde es bekannt gegeben, ja, der Deal steigt. PSA kauft Opel. Ist das Segen oder doch eher ein Debakel für die Marke Opel? Es ist schwer, in diesen Tagen das schon hundertprozentig absehen zu können. Es ist zu frisch, Sie haben es gerade geschildert. Es gibt Kräfte bei Opel, die das als eine positive Entwicklung sehen, Freiheit vom Joch von General Motors zu erlangen. Aber ich glaube, das Joch von der französischen PSA-Gruppe wird nicht leichter sein. Und es gab auch schon entsprechende Ansagen von Herrn Tavares, dem Chef von PSA, dass sozusagen der Freiheitsgrad des Opel-Managements proportional dann zum Unternehmenserfolg stehen wird, sich entwickeln wird. Das heißt, man wird genauso intensiv drauf schauen, ob Opel, das Unternehmen schreibt im Augenblick rote Zahlen, den Turnaround schaffen wird. Und das Bittere an der Sache ist ja, wunderbare Autos haben die Rüsselsheimer hier hingestellt, den neuen Insignia. Ein wunderschönes Auto, ein komplett überarbeiteter Insignia. Aber so recht will keiner über das Auto sprechen. Alle sprechen über Politik, Guido Reinking. Aber das ist, glaube ich, normal bei solchen Mega-Meldungen, oder? Ja, das ist ja normal. Und wer so ein Auto kaufen will oder sich mit dem Gedanken trägt, sich so ein Fahrzeug zuzulegen, der möchte natürlich auch sicher gehen, dass es die Company in ein paar Jahren noch gibt, wenn er den Wagen vielleicht wieder verkaufen will. Also, dass das schon im Vordergrund steht, ist klar. Aber ich denke, eigentlich ist es für Opel eine gute Nachricht. Ich meine, wir haben jetzt mehr als ein Jahrzehnt, während des gesamten Jahrhunderts kann man sagen, hat Opel noch nicht einen Cent Gewinn gemacht. Und das ist ja für das Image der Marke auch nicht gut. Kann auch besser werden, meinst du? Kann auch besser werden. Und dass General Motors für Opel nicht der richtige Shareholder war, das haben wir die letzten 20 Jahre nun wirklich zur Genüge mitbekommen. Also PSA kann Opel neue Türen öffnen in Märkte, die sich für die Marke bisher nicht erschlossen haben, weil GM das nicht wollte. China, Südamerika, Nordamerika vielleicht. Also da kann sich viel bewegen für Opel. Wollen wir hoffen, dass die Franzosen die schöne Marke Opel nicht kaputt machen. Aber vielleicht ist es ja auch die Chance in eine rosige Zukunft. Wir wollen schauen. Dann BMW hier in der gleichen Halle, nicht weit weg von unserem Standort hier. Da haben sich einige gewundert, dass dort auf dem Stand der E-Mobilitätspioniere, kann man schon sagen, keine Elektrofahrzeuge explizit promotet werden. Der neue 5er Touring wurde gezeigt, sehr prominent präsentiert. Überzeugt Sie der Markenauftritt von BMW in diesem Jahr? Sehr konventionell, das haben Sie richtig beobachtet. BMW war dort fortschrittlicher, hat mit BMW i3 und BMW i8 vor Jahren wirklich fantastische Fahrzeuge der neuen Generation präsentiert mit Elektromotor bzw. Hybridantrieb. Inzwischen scheint ein bisschen der Mut verloren gegangen zu sein, aufgrund der enttäuschenden Verkaufszahlen. Man ist sehr weit vorausgegangen, hat neue Technologien, Antriebstechnik, Leichtbau dort angewendet. Leider Gottes. Ja, der Kunde zieht noch nicht mit. Man ist zu früh gewesen, aber ich bin zuversichtlich, dass der Markt anziehen wird und dann wird BMW auch wieder mutiger werden. Kido Reinking, bei Mercedes hat man den Eindruck, die können vor lauter Kraft gar nicht gehen. Das ist der Wahnsinn. Da ist sehr viel Selbstbewusstsein. Schöne neue Autos wurden entwickelt und hier pünktlich hingestellt. Die haben einen guten Lauf, die Stuttgarter, oder? Ja, die haben einen guten Lauf, allerdings vor allem im Kompaktsegment, wo sie sehr viele Fahrzeuge verkaufen, weil sie da mehr Derivate haben als jeder andere, mehr als BMW, mehr als Audi. Also wo sie eine ganze Reihe von wirklich interessanten Fahrzeugkonzepten gezeigt haben und hier mittlerweile mit Erfolg verkaufen. Aber auch da steht zwar ein Elektroauto, aber das kommt wann auf den Markt? 2021 oder wann ist das angekündigt? 2019, 2020. Also das heißt, auch da muss man sagen, sorry, das hätte es doch längst geben können. Also warum muss das alles so lange dauern? Das versteht man nicht wirklich. Ich meine, es ist verständlich, dass die Hersteller, die hier ausstellen, ihre Cash Cows nicht töten wollen. Das Geschäft mit dem Automobil ist nach wie vor ein gutes, oder? Und deshalb sieht man auch viele mutige, interessante Konzepte auch hier in unserer Umgebung des Standes. Das heißt, da kommen Newcomer auf den Markt, die natürlich, weil sie kein Geschäftsmodell zu verteidigen haben, deutlich mutiger werden können. Also diese Energiewende, sage ich immer, eröffnet Chancen für neue Player. Zum Abschluss die Frage, schon klassisch, was ist Ihr persönliches Highlight auf dieser Messe? Sie haben schon Gelegenheit gehabt, ein bisschen zu stöbern, auch mit vielen Menschen zu sprechen. Ich habe sie die zwei Tage hier schon beobachtet in vielen Gesprächen. Fangen wir bei Ihnen an. Guido Reinking. Das persönliche Highlight Genf 2017. Also ich bin begeistert von dem Jaguar I-Pace. Der stand zwar schon in Los Angeles, aber man konnte ihn in Europa hier das erste Mal sehen. Ein fantastisches Konzept, also wirklich ein rundum gelungener Wagen auf Basis eines neuen Elektroantriebs, den Jaguar auch selber entwickelt hat und das ein doch relativ kleiner Hersteller. Das schafft so ein Auto auf die Räder zu stellen. Das wird dem einen oder anderen Branchenriesen hier eigentlich zu denken geben und eigentlich müssten die Leute rot werden vor Scham, dass ihnen das nicht gelungen ist. Kompliment an Jaguar. Sehr spannend. Franz Rotha, Ihr persönliches Highlight in diesem Jahr? Mein persönliches Highlight ist ein Fahrzeug aus Südkorea. Ein Konzeptfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb produziert werden soll es ab kommendem Jahr von Hyundai. Noch nicht mit Brennstoffzellenantrieb, der kommt zwei Jahre später. Aber das Designkonzept von Peter Schreyer hat mich voll und ganz überzeugt. Wirklich ein Riesensprung der Entwicklung des Unternehmens. Bin ich froh, dass Sie mir den Hinweis geben. Habe ich noch gar nicht gesehen, gehe ich gleich mal hin. Liebe Kollegen, vielen Dank für diese Eindrücke. Wir gehen noch ein bisschen durch die Stände. Hier würde ich sagen, Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik